Zeig mal. Geh mal hin. Das ist dein Motorrad. Der Auspuff ist noch warm. Setz dich mal auf. Der Chef sitzt auf dem Motorrad. Wo macht man es an? Genau. Ja, reicht schon. Du brauchst nicht anmachen. Ah, damit fährst du immer. Und das ist Papas. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Da hinten ist noch ein Quad. Und da steht noch ein Monkey in der Garage. Und eine Schali. Und die Schali. Ja, die Schali ist noch.